Hier spricht man wieder in Oskar und es geht wieder mal um die Wurst beim Let's Challenge, ich hab Mute, äh ne, ne, das blauhaarige Geschöpf heißt Wäsche und das hab ich dabei, wir spielen eine Runde Maulhammers, das haben wir ganz am Anfang mal gespielt mit der Mute, das wollte ich sagen und wie man das spielt, wird man jetzt glaube ich einmal erkennen, du hast die nach unten Taste, ich habe die S-Taste, bin also der rote Spieler und ja, wer zuerst den Maulwurf trifft, der gewinnt uns einmal drücken, um zu bestätigen und go. So ungefähr kann das passieren und ist auch egal, ob wir eine Brille aufhaben oder nicht, oh Gott verdammt, okay du hast, ah nein, nein, jetzt hab ich den, ne, wer dann mehr Punkte hat nach einer Minute, der gewinnt die erste Runde, ah nein, perfekt, ich hab verwirrt, und dann, äh, wir werden mal sehen, wie es dem weiter geht, jawohl, wieder, ich hab wieder null Punkte. Ja, hau den Bunny auf den Grupp und das, äh, macht eigentlich sehr viel Spaß, das findet ihr im Internet drin und dann könnt ihr euch ein bisschen selber mit euren Freunden zu Hause an einem Computer mit einer Tastatur messen und es werden keine echten Tiere verletzt, das ist auch was. Oh Mann! Ja! Ja! Oh Mann! Oh Mann! Einmal richtig lange drücken, das ist am einfachsten. Ja, wir machen best auf, keine Ahnung, best auf 5 vielleicht, best auf irgendwas. Wir machen das Ganze natürlich nochmal und gegen die zweite Runde. Und hier geht es um was, denn wenn ich verliere, dann muss ich entweder rappen, also reimen oder singen im nächsten Challenge. Aber ich lass dich nicht so einfach. Let it go! Ich wollte auch, zum Glück. Jetzt kann es die Punky wieder gut machen. Lass dich aber nicht zu. Oh, oh. Komm schon. Hast du es aber schon mal gemacht am Jahrmarkt? Hast du es aber schon mal gemacht am Jahrmarkt? Nein, es war mir immer zu teuer. Echt? Ja. Aber ich sollte es vielleicht machen. Ja! Macht bestimmt noch Bock, aber ich habe das auch noch nie gemacht am Jahrmarkt. Ich habe das auch noch nie gemacht hier. Und Liene. Ja! Oh Gott, ja! Und wieder einmal. Kannst du alle haben, die ganzen Punkte. Komm, ich gönne es dir. Ach, ich gönne es dir. Den hätte ich dir nicht mehr gegönnt. Was denn? Nein! Komm! Jawohl! Nicht auf... Jawohl! Du darfst nicht mehr auf Nullpunkte kommen. Ach, egal. Schenke ich dir. Schenke... Ach, mach. Okay. Oh, 2 zu 0? Mhm. Und beim nächsten Mal streng ich mich an, heißt es. Ich stelle einfach frei, dass es so ein komischer Maulwurf ist. Das ist ein hässlichen Maulwurf gesehen. Ja, es gibt ja diese Maulwürfel, die so... Oh ja, die sind richtig schmuselig! Ja! Wow! Cthulhu Maulwurf! Cthulhu Maulwurf! Komm schon! Nein! Mach dich kaputt! Das ist eine Challenge, wo ich jetzt sagen muss, da kann man wieder nicht viel sprechen. Aber darum geht es hier auch nicht. Ach, ich dachte, das wäre jetzt einer. Wow! Angezuckt! Und das Ganze ist natürlich immer random. Ihr merkt ja, da kommen immer andere zum Vorschein. Ah, Gott. Ah, jawoll! Nein! Ja! Ich kann nicht aufhören, die Hasen zu boxen! Liegt vielleicht da meine Allergie? Ja! Komm! Jetzt rocke ich! Ich rocke jetzt! Ich rocke das weg! Ich rocke das weg! Ich rocke das weeeeeeg! Chloin! Ich rocke es trotzdem weg! Ja! Oh! Tja! 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 Nein! Tja! Ja! Ja! Ich bin so ein Fennmittel! Nee! Tja! Ah! Hätte mal gar im Vergleichstück gewesen! Komm schon, komm schon! Ja! Das g a lk. Das gilt nicht! Nee! Weil ich es minimal angetickelt habe, jetzt komm schon. Nee. Ja! Ah! Der Nerd. Nein! Der Armin-Nerd. Jawohl, mein erster. Gut. Das ist mein erster. Lass mich mein erster sein. Jetzt hab ich gut Punkte gemacht. Und ich nehm auch den mit der Hipsterbrille. Und jetzt Bunny darf ich selber. Tschau. Wenn man es richtig... Ja, ich war kurz. Jawohl. Jawohl. Ich vernichte dich. Ich vernichte dich. Ich vernichte die Wäsche. Weil ich die letzte Aufnahme vernichtet habe. Und wir eigentlich was anderes schon bespielt haben. Ah! Oh Mann! Ja! Ich krieg das nicht hin. Oh Mann! Oh Mann! Einfach weil ich es kann! 100 Punkte, komm, dann schaffe ich! Oder nich?! Oh! Ah! Oh! 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 Pange! Nein, 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 nein! Hört jemand vor! Hier ist die Kräfte! 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 Oh, da gibt's ein Loch! Tach! 69! Hup! 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 Einmal müssen wir noch. Dann müssen wir die 5 rum haben. Genau, entdeck ich. Jetzt machen wir's. Oh, ich bin doch gut. Ja, ich bin doch gut. Ja, ich bin doch gut. Ja, ich bin doch gut. Nein. Oh, Mannwurf. Ja, Combo. Nein. 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 Ja, Mann. Ich dachte, mit dabei immer so komische Gesichter. Cool, umso besser in der Kamera. Ja, vernicht die muss. Nein. Ich krieg die nie perfekt. Ich krieg immer nur einen Punkt. Naaaaaau. Oh Gott. Aber wenigstens, dann merkt man selber, was man für Geschweigerin werden kann. Ich habe gewonnen. Danke für's mit vielen Bachelor. Es hat wirklich Spaß gemacht. Und wir sehen uns in der nächsten Woche wieder zu einem neuen, frischen Let's Challenge. Bis dahin. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.